Online-Geister, Radio-Bernetzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berlet und Christian Alner. Willkommen. Heute geht es um das Ferdiverse und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 der Online-Geister aus unserem bolligwarmen Studio im wunderschönen Hall an der Saale. Und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Wie immer unsere drei Hinweise, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com, socialmedia-statistik.de und der Seminar Mediathek. Und ja, wir haben ja schon mal über das Metaverse vor ein paar Folgen gesprochen und wollen uns heute dem Fediverse widmen. Auch ein Universum in den Weiten des World Wide Web. Genau, aber anders als das Metaverse. Also Metaverse, was ja in Folge Nummer 73 von uns ziemlich erschöpfend behandelt wurde. Gerne die Folge nochmal anhören für alle weiteren Details. Auf die Unterschiede werden wir nachher nochmal kurz mit eingehen. Aber ich würde sagen, erstmal los geht's in das Thema an sich. Wie funktioniert überhaupt erstmal das Fediverse? Warum sprechen wir gerade jetzt über das Fediverse? Denn wie sicherlich alle mitbekommen haben, die sich im letzten Monat im Internet aufgehalten haben, Elon Musk hat Twitter gekauft. Final endlich. Final endlich. Er ist jetzt der Chef von das Ganze, er bestimmt wie der Laden läuft. Und dadurch haben sich einige Dinge geändert, zum Aufnahmezeitpunkt bereits. Und es werden sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein paar mehr Dinge ändern. Können wir nicht genau sagen, was alles. Wie gesagt, Aufnahmeausstrahlung ist zeitlich ein relativ großer Abstand diesmal. Aber dadurch haben sich viele nach Alternativen umgeschaut zu Twitter. Was funktioniert genau so oder so ähnlich? Aber da hängt kein riesiger Tech-Billionär drin, der sich irgendwie als Chef von Twitter aufspielen möchte oder ist. Und was da halt eben sehr, sehr stark mit aufkam als eine mögliche Alternative, ist eben Mastodon. Und Mastodon gehört zum Fediverse. Also ist Teil von diesem größeren Konglomerat, was man unter Fediverse zusammenfassen kann. Und wir hatten vor gefühlten Ewigkeiten auch schon mal über Mastodon gesprochen. 2017. Genau, im April 2017. Da gab es Mastodon schon. Also es wird größer, es wird auch bedeutender. Und für Details zu Mastodon speziell verweise ich auf unseren damaligen Quickie zum Thema Mastodon vom April 2017. Inhaltlich hat sich jetzt nicht krass, krass viel geändert, was die grundlegende Funktionsweise des Systems angeht. Aber Mastodon ist halt eben gerade als so ähnlich wie Telegram als WhatsApp-Alternative ja häufig diskutiert wird. Ist Mastodon so als eine Twitter-Alternative jetzt sehr, sehr stark im Gespräch. Ansonsten gibt es keine Gemeinsamkeiten. Es ist sehr ähnlich, sieht auch ähnlich aus, funktioniert ein bisschen anders, ist aber eben vom Fediverse der bekannteste Programm, die bekannteste Plattform. Der bekannteste Vertreter, Teil des Ganzen vielleicht auch. Von den anderen, weil Mastodon wurde jetzt mehrfach schon erwähnt im Twitter-Kontext als Alternative. Von den anderen Dingen habe ich vor, bevor ich in das Skript reingeguckt habe, noch nicht gehört. Also ich habe von ein paar schon mal gehört, zum Beispiel Diaspora für den Makroblogging-Bereich an der Stelle. Als so eine Facebook-Alternative wird es gerne bezeichnet. Also so im Bereich von Social Networks. Durchaus auch Blogs, aber das geht auch so ein bisschen manchmal ineinander über. Aber einfach nur dafür gehört haben. Also es gibt im Rahmen vom Fediverse, das sind sehr, sehr viele verschiedene Plattformen, Protokolle, Software-Systeme. Die zusammenfassend einfach eben als Fediverse geführt werden. Die aber auch oft das Gleiche können, das Gleiche anbieten wie bekanntere Plattformen, die eben von Unternehmen zu Unternehmen gehören. Wie Peertube macht Videostreaming. Das ist quasi das Fediverse-YouTube. Genau. Es gibt PixelFed. Das ist ein Bereich von Image-Sharing unterwegs. Wie Instagram. Genau. Ja. Plume, das ist ein Bereich von Publishing. Also das wäre so die klassische Blog-Variante und so weiter und so fort. Blogspot. Eine komplette Liste kann es in dem Sinne sowieso nicht wirklich befriedigend geben. Deswegen das jetzt nur mal als ein paar Vertreter. Wir haben auch eine nette Infografik, die man unter Creative Commons eingestellt hat. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes, dass ihr da nochmal ein bisschen Blick drauf werfen könnt. Denn das Fediverse selbst, ich habe eine Weile auch nach einem guten Vergleich gesucht, ist eigentlich am ehesten wie E-Mail als ein Standard zu sehen. Denn wenn ich mir Social Media anschaue, also diese geschlossenen Ökosysteme, Social Media heute, wie man es kennt, mit Facebook, mit Twitter, mit TikTok und so weiter. Es ist ja nicht möglich, dass ich zum Beispiel aus diesem geschlossenen System TikTok heraus jemanden bei Facebook abonnieren kann. Oder von Twitter jemanden bei Snapchat nachrichten kann. Du könntest höchstens ein TikTok-Video auf Facebook teilen. Das ginge, weil das irgendwie mit eingebaut ist. Ja, man kann es verlinken über den Hyperlink, aber man kann jetzt nicht da wirklich interaktiv arbeiten. Also ich kann jetzt niemanden halt eben so eine Nachricht schicken, was ja bei E-Mail völlig normal ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freenet-Adresse habe, dass ich jemanden mit einer Gmail-Adresse, Yahoo, Gmx, was auch immer, kann ich ja hin und her schicken. Da ist der Anbieter ja fast zweitrangig. Es geht ja darum, es ist ein E-Mail-System. Und das ist halt eben auch dieser Protokollstandard E-Mail, genauso wie dieser Protokollstandard Fediverse. Das ist so die beste Metapher, die ich da finde. Okay, also um nochmal zu übertragen zu dem, wie ich es kenne. Ich kann auf Twitter ein TikTok-Video, ein YouTube-Video, eine Facebook-Veranstaltung teilen, aber die sind nicht automatisch miteinander verknüpft. Im Fediverse allerdings, wenn ich da jetzt jemanden auf Mastodon folge und seine Beiträge lese, angenommen, diese Person hat ein Peertube-Konto, das ist automatisch verknüpft und ich folge noch auf Peertube. Wusieht das dann so? Ist aktuell zwar noch nicht möglich, aber prinzipiell. Das sind halt, wie gesagt, verschiedene Standards, da sind die Verknüpfungen untereinander, weil ja immer wieder neue Plattformen dazukommen. Manchmal leider auch ein bisschen unübersichtlich, weswegen das Fediverse für viele halt auch erstmal nicht so eine sinnvolle Alternative ist, aber da kommen wir später noch bei einer Diskussion dazu. Aber was zum Beispiel jetzt gerade ganz, ganz frisch gewesen ist, wenn ihr zum Beispiel mit Nextcloud direkt arbeitet, das ist so erstmal ein Cloud-Dienst, also eine Alternative zu Dropbox, Google Drive etc., die aber auch noch verschiedene weitere Sachen kann. Zum Beispiel, ich bin in meinem Startup, wir haben ja der Seminar Campus als so eine Cloud-Plattform. Da haben wir auch schon mal bei Collaboration Tools ein bisschen drüber gesprochen. Und wir haben halt auch diverse Nextcloud-Schnittstellen und können das halt auch dann einfach dadurch, dass wir auf dieser Nextcloud-Instanz technisch andocken, halt auch demnächst anbieten, dass wir halt direkt Mastodon über halt unser Campus-System zum Beispiel abonnieren können. Das sind natürlich, es müssen technische Schnittstellen geschaffen werden, aber wenn die geschaffen werden, dann ist es perspektivisch auch möglich, halt über irgendein System, zum Beispiel eben Peertube als ein Beispiel, halt irgendein anderes zu abonnieren. Also momentan kann ich beispielsweise auch bei einem, also von der Logik her, bei einem Cloud-Anbieter kann ich halt auch so einen Social-Media-Anbieter abonnieren. Also ich könnte quasi über Dropbox Twitter abonnieren, was so die Alternativen angeht. Also Dropbox und Nextcloud, wie halt eben Twitter und Mastodon als ein Beispiel. Die Verknüpfungen werden technisch gerade geschaffen. Okay, das war aber auch am Anfang an das Ziel. Genau, das ist das Ziel. Da bastelt und arbeitet man jetzt gerade, so wie wir auch in unserer Metaverse-Folge gesagt haben. Das wird ja auch gerade alles erst aufgebaut. Also das ist auch noch ein, das Fediverse ist noch ein recht junges Universum. Aber beim Metaverse ging es ja jetzt nicht so sehr um die Verknüpfung des Ganzen. Metaverse war eher, ich habe hier meine Plattform, ich steige da ein, wie bei Ready Player One in meiner virtuellen Welt. Alles ist Meta und dann arbeite ich da drin mit Leuten, die das gleiche Programm nutzen. Es hat einfach nur zufälligen ähnlichen Namen. Also eine der Ideen beim Metaverse im Vergleich zu Meta, dem Unternehmen hinter Facebook, ist, dass halt perspektivisch dort auch ein offener Standard, also dass jeder mit jedem was machen können soll. Da ist aber eher die Gefahr bei Metaverse, weil ja sehr viele Konzerne dahinter stehen, ist, die dann natürlich für sich sagen, wie soll ich mit den anderen spielen? Beim Fediverse haben wir halt eben sehr, sehr viel Open-Source-Software auch dahinterstehend und entsprechende Projekte. Oder nicht fast eigentlich nur Open-Source-Software? Wie du eigentlich geguckt hast, ist das schon sehr dezentral? Ja, manchmal finden sich halt eben auch Unternehmen dahinter, zum Beispiel bei Nextcloud oder auch eben der Seminar Campus. Da haben wir natürlich jetzt GmbHs, Deutsche Gesellschaften, Aktiengesellschaften, weiß ich nicht, die sich halt eben, also Unternehmen, die dahinter sich befinden, aber eben andere Standards da, also zum Beispiel WordPress gehört zwar nicht zum Fediverse mit dazu, könnte aber perspektivisch genauso mal mit dazu gehören. Die technischen Schnittstellen zu schaffen, ist relativ simpel. Man bräuchte nur jemanden, der halt einen Plug-in dafür programmiert. Das ist halt der große, große Vorteil. Es gibt nicht diese geschlossenen Systeme, sondern es ist ein relativ offenes System. Aber da macht man vielleicht schon gerade zu viele Schritte auf einmal. Vielleicht erst mal kurz nochmal Blick zurück, Blick nach außen. Wollte ich auch gerade sagen, weil irgendwie Fediverse, Metaverse, warum heißt es bei Disperse? Genau. Und natürlich von Universe, das ist das Einzige, was auf Verse endet, was mir gerade einfällt. Außer der Verse, egal. Aber eben nicht Meta für das Metaversum, sondern von Federation. Also eben Fedi, in dem, damit es lustiger klingt und ansprechender. Federation ist eben die Föderation, der Bund von mehreren Dingen erst mal. Ist ja eine Föderation, in dem Fall eben mehrere voneinander unabhängige soziale Netzwerke, Mikroblogging-Dienste, Webseiten, etc. Genau. Und für die intensivere Auseinandersetzung, da haben wir auch uns mal zwei Quellen rausgesucht. Einmal, Zitat, Wikipedia, wie die Fediverse definieren. Also Fediverse, Zitat, als Kofferwort aus Federation Universe. Oder auch Fediversum bezeichnet ein Netzwerk föderierter, voneinander unabhängiger soziale Netzwerke, Mikroblogging-Dienste und Webseiten für Online-Publikationen oder Datenhosting. Und das Konzept kam 2008 mit GNU Social auf und verbreitete sich 2016 vermehrt mit Mastodon und 2018 mit dem vom World Wide Web Consortium, Klammer auf, W3C, Klammer zu, definierten Kommunikations-Protokoll-Activity-Pub. Zitat Ende. Kurze Erklärung. Das W3-Konsortium oder eben World Wide Web Consortium ist eine von diesen Standardisierungsgesellschaften im Internet. Quasi so DIN-ISO-Normen, nur halt eben fürs Netz. Also es gibt halt eben entsprechende Standards und da spielen halt immer noch die technischen Standards eine ganz, ganz große Rolle. Aber das sagt erstmal die Wikipedia dazu. Dann gibt es noch iWrites.info. Das ist die Seite von einem Verein, der sich mit Urheberrechten im Internet beschäftigt. Die schreiben, dass Fediverse ist ein Netzwerk aus Plattformen, wie die wie bekannte Social-Media-Dienste funktionieren, aber allen gehören. Bekannte Vertreter sind YouTube-Alternative Peertube und Twitter-Alternative Mastodon, die wir jetzt auch schon erwähnt haben. Genau, Zitat Ende, Definition, fertig. Das ist ähnlich wie beim Metaverse hat eben das Problem auch, dass es natürlich sehr viele verschiedene Sichtweisen gibt. Aber Fediverse ist halt wirklich eher so ein Schirmbegriff, so ein zusammenfassender Begriff für halt eben diese vielen verschiedenen Begriffe. So wie man ja bei Social Media zum Beispiel auch so verschiedene Sachen wie Snapchat, TikTok, Blogs, Facebook etc. zusammenfassen kann. Es hat eben Fediverse dieser zusammenfassende Oberbegriff für halt einfach die mehr oder weniger alternativen Varianten, die es zum Social-Media-Bereich gibt, aber auch eben für andere Anwendungen. Aber es ist ja alles für sich auch, es sind also Social Media, die im Fediverse drin sind. Das ist das völlig. Eben nicht. Also es gibt halt eben zum Beispiel halt mit, als Beispiel wäre es Nextcloud zu nennen oder halt eben Plum an der Stelle. Das ist ja eher Nextcloud im Cloud-Bereich, also sowas wie Dropbox und Pro aktiv, also Datenhosting. Oder Plum ist halt im Blog-Bereich unterwegs, also sowas wie WordPress beispielsweise. Obwohl das auch schon wieder in soziales Medium reingeht, also im Prinzip YouTube nur mit Text statt Video. Ja, es gibt sehr viele Überschneidungspunkte definitiv, aber es ist halt eben nicht nur Social Media. Theoretisch könnte es alles sein. Ja, im Grunde kann es alles umfassen, was das Internet anbieten kann. Sind wir Teil davon. Okay, das heißt, wenn das Fediverse sich etabliert hat, können wir alle anderen Social-Netzwerke zu Grabe tragen. Im Bestfall, ja. Twitter gemacht wird. Und die liegen dann Six Feet Under. Wir jetzt im Lied von Kissing Dynamite. Ich bin der Meister der Überleitung. Kissing Dynamite wird Six Feet Under. Und mal sehen, ob wir in ein paar Jahren Twitter von so tief unten wieder hochholen wollen. Wir sind beim Thema Fediverse. Online-Geister. Thema der Sendung. Von dem ja auch Mastodon ein Teil ist, was ja als Twitter-Alternative angeboten wird, besprochen wird, diskutiert wird zurzeit. Genau. Und hat eben als ein Tool im Social-Media-Bereich unterwegs ist, auf Open Source basiert. Da auch nur kurzer Verweis nochmal auf unsere Folgen Nummer 50 und 76, die sich mit vergleichbaren Angeboten ja auch im Fediverse sich finden können, beschäftigen. Und ja, als eine Alternative wird zwar sehr, sehr stark gehandelt, ist aber zumindest weltweit, was die Nutzerzahlen angeht, relativ abgeschlagen. Ich denke, das lässt sich relativ auch für einzelne Nationen sagen. Twitter ist zwar von der Nutzerzahl des Social-Media relativ weit hinten, das ist vielleicht mit Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, aber dennoch bei weltweit knapp 240 Millionen täglich aktiven Nutzern. Tumblr, was ja auch so eine Richtung, was Mikroblogging auch anbietet, aber auch Makroblogging, alles Mögliche, ist da bei 135 Millionen. So als Hausnummer, das kennt man auch noch, auch weltweit. Mastodon hat 1,3 Millionen. Also wirklich ein Bruchteil, weniger als ein Prozent in unserer Zahlen von Twitter. Wobei ich aber auch sagen muss, Mastodon hat sich aber auch sehr gut entwickelt, denn seit 2017, wo wir unsere Folge gemacht hatten, da waren sie noch bei irgendwas um die 10.000, glaube ich, gewesen. Da befindet sich jetzt ein neuer Anbieter, eine Plattform Co-Host, die es erst seit diesem Jahr auch gibt. Da sind gerade circa 10.000 täglich aktive Nutzer. Genau, und der Vollständigkeit wegen möchte ich auch noch kurz auf Patreon und auf Steady eingehen. Die sind zwar hinter einem Paywall normalerweise versteckt, aber Patreon hat halt auch seit verschiedenen Jahren und Steady als quasi deutsche Variante davon, die haben halt auch sehr viele Social-Media-artige Features mit ergänzt. Genau, also du kannst Kreativschaffenden dort folgen und dann manchmal ist es Pflicht, manchmal ist es optional, denen eben Geld bezahlen. Viele nutzen es nur als Subscription-Service. Die machen eigentlich YouTube-Videos oder ganz was anderes, Musik oder so, um dem dann bei Patreon bekommen dann ihre Einnahmen her. Manche nutzen das komplett als Posting-Plattform. Hier ist ein Patreon-Post, wenn du was bezahlst. Und für den Kontext habe ich es deswegen nämlich erwähnt, weil sowohl Tumblr und auch Co-Host, also Tumblr hat solche Features nachgebessert bei sich, dass man zum Beispiel auch Posts nur gegen ein Abo angezeigt bekommen kann. Ich glaube, Tumblr Plus oder wie sich das dort nannte oder Post Plus. Und Co-Host, die möchten sich halt eben auch unter anderem, also selbst zwar über Spenden finanzieren, aber bieten halt auch ihren Nutzerinnen mit an, dass die halt eben eigene Subscriptions oder halt eben Tipps, also Spenden entgegennehmen können. Also die Monetarisierung schreitet auch hier voran. Ja, Twitter hingegen war ja komplett werbefinanziert bis zum Musk-Aufkauf. Und jetzt, ich muss so sagen, Stand der aktuellen Aufnahme ist ja geplant für 8 Dollar monatlich sich den blauen Haken kaufen zu können, der vorher nach Prüfung rausgegeben wurde. Es wurde zum jetzigen Zeitpunkt auch schon vom Musk rumgehungt, ob er vielleicht Twitter generell kostenpflichtig machen sollte und bla bla bla. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist alles noch ziemlich offen, da wird sich wahrscheinlich noch einiges tun. Ja, deswegen können wir auch nicht so viel zum aktuellen Stand sagen, euch nur was über Alternativen erzählen, in dem Fall halt eben Fediverse mit den ganzen Dingen, die da drauf sind. Genau, und wenn ihr jetzt für euch sagt, okay, wie kann ich jetzt eigentlich das Fediverse verwenden? Klingt erstmal ganz cool, probieren wir es doch mal aus. Der populärste Vertreter ist definitiv Mastodon bei den ganzen Angeboten, ist auch in dem Sinn der einfachste zu nutzende. Im Verhältnis. Im Verhältnis, ja. Ja, aber du musst jetzt halt eben dir keinen eigenen Server holen, Software installieren, vergleichbare Sachen. Denn es gibt halt schon sehr viele Instanzen, wo du dich einfach nur anmelden musst. Du könntest natürlich eben diese Instanzen auch selber schaffen, aber es haben natürlich schon viele gemacht. Es gibt vor Ewigkeiten Trödcafé, was so die deutsche, erste große deutsche Mastodon-Community, wo man sich einloggen konnte. Das ZDF-Magazin Royale hat eine eigene Instanz gegründet. Genau, der Witzbildzeichner und Comedian Ralf Ruther ist zum Beispiel auch bei Mastodon inzwischen stärker. Ja, der hat auch eine eigene Instanz aufgemacht. Und, das finde ich persönlich sehr spannend, auch unsere Politik, also Teile des Bundes haben auch Präsenz bei Mastodon unter social.bund.de, allerdings nur reserviert für Bundesministerien und so weiter. Genau, nur wenn man da tätig ist, kann man sich dort ein Konto holen. Aber das ist eben das, was es für den Außenstehenden schon ein bisschen komplexer macht als Twitter, weil ich habe nur Twitter, ich logge mich ein, bam, ich bin nur auf Twitter, Punkt. Ich habe nicht diese ganzen vielen kleinen Instanzen in der Mastodon. Allerdings kann man sich bei jeder beliebigen Instanz natürlich anmelden, dann aber auch Nutzern auf jeder anderen Instanz entsprechend folgen, sofern deine Instanz das zulässt. Das haben wir schon gesehen, dass eigentlich eine Person, die es geben müsste, kann ich von meiner Instanz jetzt gerade nicht folgen, weil da irgendwie die Instanzen sich untereinander nicht mögen. Das kann man abstellen an der Stelle. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal beim Coaching für Schulen gehabt. Okay, da gibt es eine Option. Ja, das Beispiel Schulen auch als so eine Art Intranet für sich verwenden können. Das ist auch wieder der Vorteil an Open Source. Du kannst halt eben das so frei oder so geschlossen halten, wie du möchtest. Und dann einfach eine andere Instanz nutzen, die komplett offen ist. Genau, also für den Start kann ich auch erstmal empfehlen, www.mastodon.social. Ja, das ist so die Main Instanz. Ja, beziehungsweise da kannst du auch den Quellcode herholen und so weiter. Da findest du auch Statistiken zu verschiedenen Instanzen. Also du kannst auch gerne ein bisschen rumschauen, liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn es halt eben um die für dich passende Mastodon-Instanz geht an der Stelle. Aber das ist einfach nur, Mastodon als populärster Vertreter, für mal erwähnen vor allem. Genau, also was ich vielleicht noch relevant finde für Instanzen, bei Twitter jetzt gerade mit dem Mask-Aufkauf, haben bestimmt ja eine Instanz alle Regeln für die gesamte Plattform Twitter. Genau, dieses Closed-Source-System, das ist ja das Problem. Genau, Closed-Source-System. Bei Mastodon macht jede Instanz ihre eigenen Regeln. Wenn die, weiß nicht, der Bund wird für die Bund-Social-Instanz eigene feste Regeln haben, was dort auf der Instanz passieren darf und was nicht. Wohingegen andere Instanzen vielleicht offene Regeln haben. Gibt sicherlich Instanzen, wo sich Sexworker vernetzen können, anbieten können. Natürlich. Die werden sicherlich mehr freiere Regeln haben bezüglich Nacktheit, Pornografie, als irgendeine Instanz, was ich jetzt eben Schulen erwähnt. Da wird es vermutlich eben nicht passieren. Genau, und das ist aber auch der große Vorteil. Das heißt, jede Community kann sich da so ein bisschen auch etablieren, halt eben in diesen einzelnen Föderationen, beziehungsweise Instanzen oder Server werden die meistens genannt. Und die bilden in dieser Gesamtheit dann eben so eine Föderation. Also man hätte zum Beispiel die Mastodon-Föderation. Inhalte des FED-Verses. Genau, und darin gibt es dann halt eben verschiedene Instanzen oder Server. Und diese Mastodon-Föderation gehört halt eben wiederum zum großen FED-Verse, zum Federated-Universe. Wir nehmen jetzt eben Mastodon als das Beispiel, weil es am meisten gerade diskutiert wird. Funktionen die anderen FED-Verse-Plattformen genauso? Also kann ich bei Peer-Typ auch meine eigenen Instanzen machen, mit was Videos hochgeladen werden dürfen und was nicht? Also technisch auf jeden Fall. Die Einfachheit der Benutzung ist dann tendenziell eher das Problem. Also bei vielen wird technisches Wissen vorausgesetzt, wie ich sowas halt eben installieren kann. Also es ist prinzipiell möglich. Man muss halt eben ein bisschen Ahnung mitbringen. Man muss auch zum Beispiel einen eigenen Server und Vergleichbares haben. Wenn man das hat, es geht relativ simpel. Ich habe zum Beispiel auch mal eine eigene Mastodon-Instanz einfach mal zum Testen aufgezogen, um zu schauen, wie umständlich das ist. Also wenn man sich ein WordPress installieren kann, kriegt man es mit Mastodon auch relativ entspannt hin. Aber es ist halt immer das Dilemma, man muss halt eben ein bisschen Wissen mitbringen. Aber dafür gibt es ja auch durchaus Anbieter. Die Frage, ob es den Nutzen hat, weil es gibt wirklich einen ganzen Haufen Mastodon-Instanz und wenn man sich in Mastodon einloggt, schlägt die Mastodon direkt passenden Instanzen vor zu deinen Interessen. Genau. Aber noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den wir bislang noch gar nicht erwähnt hatten. Wenn es mir nicht mal irgendwann zu blöd wird, bei zum Beispiel einer Mastodon-Instanz oder Nextcloud oder PeerTube oder wo auch immer, dann kann ich einfach wechseln. Dann kann ich also mir quasi eine Archivdatei rausgeben lassen und dann halt eben mich bei einem anderen Account einloggen. Ich hatte zum Beispiel schon 2017 mir eine Mastodon-Instanz, also ein Konto bei einer Mastodon-Instanz mal geholt. Blöderweise hatte die zwischenzeitlich zugemacht und ich habe schlicht vergessen, mir mal so ein Archiv rauszunehmen. Deswegen habe ich das einfach nochmal neu eins mir gemacht, ein neues Konto. Aber das war auch einfach eben Mangelsnutzung an der Stelle. Aber ich hätte das Problem, dass es machen könnte, halt eben von einer Instanz zu anderen umziehen. Man nimmt alles mit, was man vorher bei der einen Instanz gemacht hat. Genau. Oder das soll perspektivisch auch gehen. Da tüffeln wir zum Beispiel gerade mit der Nextcloud-Schnittstelle bei unserem Campus-System dann, dass du halt eben zum Beispiel von Systemen wie auch Microsoft OneDrive deine ganzen Sachen exportieren kannst, zum Beispiel zu unserem Dersimler Campus. Das wäre natürlich wieder dann eine reine Cloud-Angelegenheit. Aber das geht beispielsweise auch relativ problemlos. Und dann hat eben auch innerhalb des Fediverse, wo du dich dann befindest, kannst du natürlich mit ein paar Abstrichen, also wenn du jetzt Cloud-Speicher hast, dann kannst du es natürlich nicht so simpel auf ein Social-Media-System übertragen. Aber das, was halt eben zu übertragen geht, kann man prinzipiell machen oder halt eben auch multiple Konten sich dann erstellen. Das ist aber aktuell noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber zumindest so von einem Mastodon-Anbieter zum anderen. Das geht relativ problemlos. Und auch für Tools, um von Twitter direkt leicht rüber zu wechseln, gibt es schon bei Glitch.com den FedeFinder. Das ist eine sehr, sehr lange Liste, deswegen verlinken wir euch das nur mal. Ja, einfach zu Twitter einloggen und die finden die gleichen Leute, denen du da schon folgst, auch auf Mastodon. Genau, und ansonsten verweisen wir noch mal kurz, das hat man in der Metaverse-Folge ja schon mal gemacht, auf die Webseite www.metaversetools.de, weil dort halt unter anderem auch zum Feediverse einiges mit analysiert wird, untersucht wird so quasi als Schwester-Universum von Metaverse. Einfach bei einer Namensähnlichkeit schon allein. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Beiträge Analysen und alles mit online. Deswegen für weitere Details, wenn dich das Thema interessiert, metaverse-tools.de. Und damit wären wir am Ende erstmal. Onlinegeister, Thema der Sendung. Heute haben wir euch einen kleinen Einblick ins Feediverse gegeben. Show Notes, Infografiken und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Alle Infos unter onlinegeister.com-newsletter. Alle Songs, die ich im Radio gespielt habe, aber nicht im Podcast rein dürfen, verlinke ich in einer Spotify-Playlist. Link findet sich in den Show Notes bei uns. Und Hinweis für speziell unsere Podcast-Hörer. Onlinegeister wird unter den Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns. Und damit verabschieden wir uns vom Thema. Auf Wiedersehen, liebe Podcast-Hörer. Wir hören uns im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.